hallo willkommen zu einem neuen video ja in diesem video möchte ich euch mal einen start zeigen einen ungewöhnlichen start hier von der insel gran canaria normalerweise geht der start immer in nördliche richtung hier hat aber der wind gedreht und wir haben die seltene möglichkeit einmal nach südlicher richtung zu starten ja jetzt werden sich vielleicht einige fragen aber wieso hat denn der idiot jetzt die linke seite genommen und nicht die rechte ganz einfach der flieger wird jetzt hier gleich in südliche richtung starten und dreht dann direkt nach dem start auf das meer und ich möchte euch einen wunderschönen vorbeiflug an der insel gran canaria zeigen wettermäßig sieht es sehr gut aus fast wolkenloser himmel und ab jetzt lasse ich das mal bis zum start eben im zeitraffer durchlaufen so lange will ich euch jetzt hier nicht an den bildschirmen festhalten ok wir wollen zur startbahn so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020